Hallo und moin moin, herzlich willkommen zu diesem kleinen Entwicklungsguide für Pokémon Purpur und Karmelsin. Heute zeige ich euch, wie man Pamamo zu Pamomamo weiterentwickeln kann. Damit sich Pamamo weiterentwickelt, muss es an eurer Seite im Pokémon-Losschick-Modus 1000 Schritte gelaufen sein. Hierfür packt ihr Pamamo einfach an die Spitze eures Teams, drückt die R-Taste, so dass es mit euch mitläuft und nun müsst ihr nur noch mit ihm spazieren gehen. Hierfür müsst ihr nur aufpassen, dass ihr nicht zu schnell lauft, weil Pamamo etwas langsamer ist, kann es gut passieren, dass der Abstand zwischen euch und eurem Pokémon zu groß wird und es zurück in euren Pokéball geht. Sobald ihr meint, dass Pamamo genug Schritte gelaufen ist, braucht es nur noch ein Level ab. Nun wird es sich zu Pamomamo weiterentwickeln. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wenn ja, dann würde ich mich sehr über ein Like, Kommentar und oder Abo freuen. Bis zum nächsten Mal, tschömmi rüü.